Sehr geehrte Damen und Herren, willkommen zu diesem Magister-Q-Video. Im Video ist der Hurschenschafterturm bzw. Anschlussturm in der Landeshauptstadt Linz im Bundesland Oberösterreich zu sehen. Dieser ist ein Bestandteil der Maximilianischen Bewestigungsanlage, welche aus einer Reihe von Türmen besteht. Diese wurden im frühen 19. Jahrhundert errichtet. Viel Vergnügen wünscht Magister-Q-Video. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.